Und es fehlen meiner Ansicht nach auch noch zwei Pflaster. Ähm, wir fangen vorne an mit Skyscraper. Oh je. Oh je. Ein Schlüssel. Dann will man hier hoch. Und dann wahrscheinlich da rein. Oh Gott. So, man will hier rein. Will dann hier runter. Hier, oh Gott. Das ist kein Haus, in dem ich wohnen wollen würde, wenn ich ganz ehrlich bin. Muss nicht sein. Also, nee. Oh. Ja, das ist cool. Lücke verfehlen ist immer ungut. Runter. Schlüssel holen. Einen abwarten. Und wieder hoch. Oh yeah. Das ist super. Das ist elegant. Hilfe. Hier runter. Dann da runter. Und da runter. Und dann den Weg einfach wieder hoch. Oh, und die Musik. Das Lied finde ich jetzt nicht so pralle. Muss man ja mal sagen. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Und jetzt? Wie mache ich das denn? Das sieht ja besonders lustig aus gerade. Nein. Ich habe keine Ahnung, wie der gehen soll. Ähm. Ähm. Oh Gott. Das war gewagt wie sonst was. Ham badadam. Dankeschön. 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 Oh mein Gott. Das ist unschön. Super unschön. Super unschön. Lass mich da mal runter. Danke. 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 Okay. Das passt soweit. Das nicht. Ah. Skyscraper. Ja. Wir sind immer noch in einer Warp Zone. Stellt euch das mal vor. Die ist eklig. Die ist eklig. Und das ist ja auch nur die... Das muss man sich ja mal dazu noch überlegen. Das ist nur die erste Stage bisher. Hüpf. Und rein. Hüpf. Und runter. Und hüpf. Und nochmal runter. Und hier auch noch. Und dann in den... Och. Ich bin so schlecht gerade. Jetzt würde ich es zu schnell machen wieder. Weil ich mir denke, hey. Du kannst die Leute nicht mit zigtausend Videos von diesem Spiel quälen. Aber. Ja. Man merkt, was bei rumkommt, wenn ich es schnell mache. Dann kommt auch nur Bullshit bei rum. Oh boy. So. Okay. Hier hoch. Und hier warten. Ich will das einmal schaffen. Ich will einmal das zweite Level sehen. Dann bin ich zufrieden. So. Perfekt. 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 Oh. Ein Traum. Ein Traum mit Pixelglück. Aber hey. Stage 2. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Das wird ja nicht besser. Das wird schlimmer. Super. Super. Zwei Leben noch. Oh Gott. Da habe ich mich tot gesehen. Genau wie hier. So. Und ich habe noch keinen Schlüssel gefunden. Das ist das, was mich gerade so ein wenig beunruhigt. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Kommt jetzt mal einer? Hallo. Wo ist der Schlüssel? Da hinten. Hm. Hm. Nein. Jetzt muss ich aber auch mal ein bisschen was vom Aufbau gerade gucken. Da ist ein lustiger Fall nach unten. Kann das sein, dass ich da einfach dann nochmal den Weg ganz gehen muss? Ja, danach sieht es aus. Okay. Es sei denn, das ist eine Falle. Dann schreie ich gleich. Oh Gott. Oh Gott. Das passt. Das passt auch. Das wissen wir. Ja. Jetzt. Okay. Ich möchte was riskieren. Ich werde schreien, wenn es ein Fehler ist. Okay, man kann da runter. Und das heißt jetzt, ohne Fehler den ganzen Scheiß nochmal machen. Oh mein Gott. Oh Gott. Das wird... Nein. Game over. Fuck you. Alter. Und ich fange ja auch wieder von vorne. Oh nein. Nein. Oh Gott. Hi. So. Runter. 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 Oh yeah. Was? Wo habe ich denn da jetzt einen Fehler gemacht? Ich habe es nicht gesehen. Das war auch sehr cool. Jetzt würde ich gerne darüber. Danke. So. Der Sprung passt. Der Sprung passt auch. Das ist genau derselbe Sprung. Nochmal. Und nochmal. Und nochmal. Oh boy. Okay. Jetzt wollen wir da runter. Meat Boy. Los. Okay. Das hier ist jetzt eher simpel. Das wird jetzt wieder lustig. Das ist so der Haha-Moment der Stage. Haha. Hahaha. Und der Haha-Moment für Emi. Wow. So. Hier hoch. Über die Stache. Über die Stache. Dem Sprung. Oh Gott. So. Jetzt kommt eine der schlimmeren Stellen, die wir auch geschafft haben. Und jetzt kommt der Teil. Ja. Leck mich am Arsch. Leck mich. So. Du musst hoch. Okay. Du musst jetzt nochmal hoch. Danke. Oh boy. Oh boy. Ich glaub's nicht. Den ersten Durchgang perfekt gemacht. So. Und ich mein, man kann auch nicht zurück da links. Oh, das ist das Ärgerliche. Weil da ja die Stacheln auf der einen Seite sind und so. Kann unser lieber Meat Boy nun mal nicht eine Wand hochrutschen? Das geht nicht. Das ist leider... ... ... ... ... ... Und hepp, hepp. So. Okay. Konzentration. Das wird jetzt der grausame Part. Das wird jetzt der letzte Sprung. Haha. Geschafft. Eins, drei. Oh, fickt euch Leute. Seid ihr denn total verrückt? Ähm. Kann man sich da irgendwo vor der Säge verstecken? Da unten ist man sicher. Das heißt, ich will hier nochmal warten. Okay. Jetzt alle drei warten. Vielen lieben Dank. Das nehme ich mit. Was ist das denn jetzt? Willkommen bei Super Kaizo Boy. So we meet boy, but Bandage Girl is in another Warp Zone. Ja. Nein. Sunshine Island.